Hi und herzlich willkommen heute wieder zum Q&A. Ich glaube, wir sind bei Q&A 5. Ich weiß nicht, ob ich alle Fragen heute durchkriege. Wenn nicht, dann nächste Woche nochmal. Falls es hier zu dunkel sein sollte, mein Licht ist durchgebrannt. Ich muss dann gegebenenfalls dafür sorgen, dass sich die Kamera besser automatisch einstellt. Und schlussendlich ist eh egal, wie ich aussehe, sondern wichtig, was ich erzähle. Also, ich habe auch was über Facebook bekommen, Fragen gestellt bekommen, wie auch über E-Mail. Und heute geht es an die E-Mails. Denn ich habe eine E-Mail von Paula bekommen, die ganz, ganz viele Fragen gestellt hat, von denen ich denke, dass die auch für andere Zuschauer interessant ist, die diese Fragen jetzt nicht sind, die diese Fragen jetzt nicht gestellt haben. Daher will ich auch die nochmal durchgehen. Und wenn folgendem. Von einer Pharmazeutin und Kräuterfrau bin ich mal darauf vorgewarnt worden, Kreuzblütler täglich zu konsumieren. Ich hatte gelesen, dass der tägliche Verzehr von einigen Blättern Mutterkraut gegen Migräne sei und habe sie um ihre Einschätzung zu dieser Empfehlung gebeten, da das mit ziemlicher Sicherheit zu einer Allergie gegen Kreuzblütler führen würde. Kohlarten gehören ja nun ebenfalls zu den Kreuzblütern. Weißt du, ob täglich im Verzehr von Kohl etwas entgegensteht? Nö, weiß ich nicht. Zu den meisten derartigen Sachen, also Kreuzblütler und auch Nachtschattengewächse, ist es schwer, was Wissenschaftliches zu finden, geschweige denn in Bezug auf Krankheiten. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das irgendwie aus der Esoterik ist oder halt von aus der Naturheilkunde. Ich verzehre täglich Kohl, aber wie wir in den Keto-Videos besprochen hatten, ist das, was ich an mir beobachte, nichts, was allgemeingültig ist. Daher muss ich sagen, da habe ich keine Ahnung von. Im True North haben wir Nachtschattengewächse diskutiert, wo auch einer der Naturheilkundlichen, ne, stimmt gar nicht, einer der Orthopäden, na auch nicht Orthopäden, was will ich sagen? Chiropraktiker will ich sagen. Einer der Chiropraktiker reagierte auch sehr empfindlich auf Nachtschattengewächse. Wenn er die wegließ, hatte er die Probleme nicht. Weiß ich nicht. Ich habe keine Wissenschaft dazu. Wenn du feststellst, du kommst mit Kreuzblütern aus irgendeinem Grund nicht klar, lass sie weg und Selbstversuche, Auslassversuche sind immer in Ordnung. Und wenn du mit ihnen klarkommst, so wie ich, dann gibt es keinen Grund, die wegzulassen. Denke ich. Sie sind sehr gesund. Also es sind viele sehr sinnvolle Nährstoffe drin, die man essen sollte. Ich denke, ich esse jeden Tag Kohl, sei es Kohlrabi oder Weißkohl oder Blumenkohl oder Brokkoli. Ich finde Kohl ist mitunter das gesündeste Lebensmittel, was es da draußen gibt. Wer eine wissenschaftliche Studie über Kreuzblütler hat und Allergien, kann sie mir gerne posten. Apropos Allergien, ich hoffe, ich muss mir die Nase nicht putzen im Laufe dieses Videos. Also ich glaube nicht, dass mein Heuschnupfen von Kreuzblütler kommt. Ich wüsste keinen Zusammenhang. Ich hatte den Heuschnupfen schon, bevor ich regelmäßig Kohl aß. Ich weiß allerdings über wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen Milchverzehr, also Kuhmilchverzehr als Baby und Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen. Ja, also ich schiebe es eher darauf. Nächste Frage. Ich habe das Internet nach wissenschaftlich fundierten Aussagen zur Bildung von Transfett bei der Erhitzung von Leinsamen, Chia und ähnliches durchforstet. Leider vergebens. Auf einer Schulung über Fette und Öle der Firma Rapunzel wurde von der Erhitzung der daraus gepressten Öle abgeraten. Für Öle und Fette gibt es wohl Studien dazu, wie sich die Ölsaat als Ganzes beim Backen erhitzen. Verhält finde ich jedoch nirgends etwas. Dabei wird seit einigen Zeiten Leinsamen mit Brot verbacken und auch Chia ist als Backzutat inzwischen überall gegenwärtig. Du nutzt es ja auch. Ja, ja. Du hast in einigen Videos auch Unsicherheiten diesbezüglich erkennen lassen bei der Anwendung des von dir verzerrten einen Tages. Hast du bloß noch nicht genau recherchiert oder noch nichts gefunden? Ne, das ist klar. Das ist Fakt, dass ungesättigte Fettsäuren hitzeinstabil sind und sauerstoffinstabil sind. Diese Verbindungen sind sehr schnell kaputt, wenn man sie erhitzt oder auch wenn man Licht dran lässt. Deswegen sind diese ungesättigten Öle von Rapunzel zum Beispiel auch immer in diesen dunklen Glasflaschen und nicht in hellen Glasflaschen oder durchsichtigen Glasflaschen. Ja, ob da jetzt genau Transfette raus werden oder einfach nur schädliche Verbindungen. Ich habe es gegoogelt. Ich habe es aber wahrscheinlich anders gegoogelt als du. Ich habe einen Link gefunden jetzt hier zur Uni Hohenheim, die hier schreiben, bei der Fethärtung entstehen Transfettsäuren, also hier bei Margarine und so ein Zeug, oder Backwaren, und sagen, ungesättigte Fettsäuren sind auch hitzeempfindlich, bei der zu starken Erhitzung Produkte, da bei der zu starken Erhitzung Produkte entstehen können, die gesundheitsschädigend wirken. Da sollten Öle, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, nicht zum Braten oder Frittieren benutzt werden, sondern nur zum Dünsen oder zum Anmachen von Salaten und Gemüse. Und das gilt natürlich genauso für das Korn an sich. Wenn man das eine Stunde lang bei 200 Grad im Ofen hat, gehen auch die ungesättigten Fettsäuren kaputt. Also das ist schlussendlich Blödsinn, das in Brot einzupacken. Es ist da unsicher, weil ich natürlich, ich hatte Chia eingegeben in meinem Brotteig-Rezept, aber weil ich es ja eine Stunde gebacken habe, war das Omega-3 hinfällig. Das ist schon so. Ja, nächste Frage. Wo war ich? Jetzt muss ich ja klicken. Du isst relativ viel Vollkorn-Reis. Letztes Jahr ging mehrfach die Warnung vor zu hohen Arsen-Dosen im Reis durch die Medien. Ökotest hat daraufhin alle möglichen Reissorten getestet und gab letztendlich Zähneknirschen, wie sie zugaben, da sie normalerweise auch vollwertbefürworter sind, die Empfehlung auf Vollkorn-Reis zu verzichten, da alle Proben zu hohe Werte aufwiesen. Seitdem habe ich meinen Reisverzert zugunsten von Hirse und Buchweißen reduziert, hatte eh schon länger Bauch wie wegen des hohen Wasserverbrauchs beim Reisanbau und der langen Transportwege. Wie siehst du das? Ich muss leider zugestehen, dass ich mich nie wirklich sehr nah damit beschäftigt habe. Ich habe seinerzeit Dr. Gregors Video über Reis und Arsen angeschaut, der das unterschiedlichen Gegenden zuordnete. Ich glaube, er hat gesagt, Reis aus Asien war ja arsenhaltig. Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der eine Arsenvergiftung hatte. Ich sehe aber dauernd Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkten und so ein Zeug. Ich habe das einfach verdrängt. Ich kenne auch diesen Bericht aus der Öko-Test, nicht? Ich halte das nicht für so eine große Gefahr, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin da tatsächlich, ich habe das zu wenig recherchiert. Es hat mich zu wenig interessiert. Hirse und Buchweißen ist sicher großartig, genauso wie Quinoa. Ich mag Reis, aber ziemlich gerne. Ich würde den auch weglassen, wenn ihr mir jetzt eine tolle Quelle oder so über Arsenvergiftung und Epidemiologie von Arsenvergiftungen durch Reis und so postet. Ich bin noch mit keiner in Kontakt gekommen. Es wurde im Medizinstudium nicht gelehrt. Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der eine Arsenvergiftung hat. Es spielte in meinem Wahrnehmungskreis einfach keine Rolle. So sehe ich das bisher. Etwa 10 bis 15% deiner Kalorienzufuhr besteht aus Fetten. Mir ist es ein Rätsel, wie du diese Prozentwerte erreichst. Insoweit ich mitbekomme, kochst du ja ohne Zugabe von Fett. Ist ein Schia, der einen Paranus, Getreide, Hülsenbrüche tatsächlich genug Fett enthalten, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Mir ist schon klar, dass unsere Vorfahren auch erst relativ spät in der Evolution gelernt haben, Ölpflanzen zu kultivieren und zu verarbeiten. Aber die hatten stattdessen vermutlich Fleisch und Fisch als zusätzliche Fettquelle. Ach ja, was ist mit den fettlöslichen Vitaminen? Reicht das in den anderen Zutaten erhaltene Fett aus, um die für den Körper verfügbar zu machen? Sorry, du siehst, ich bin nicht vom Fach, sondern habe über die Jahre bloß einiges an Halbwissen aufgeschaut. So schlimm ist ein Halbwissen nicht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, es gibt so einige Hülsenfrüchte und Getreide, die mehr Fett enthalten als andere. Da ist zum Beispiel Haferflocken und Kichererbsen sind da ganz vorne, die enthalten knapp 20% Fett. Versus andere Sachen wie irgendwie Kartoffeln oder... oder was noch? Kartoffeln hat nur irgendwie so 5% Fett. Und da ich Kichererbsen sehr gerne esse und auch Haferflocken sehr gerne esse. Komme ich auf diese 10-15% Fett mit mit den Chia und Paranus und so dazu? Ich bin mir nicht bewusst darüber, dass man zur Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen eine bestimmte Grammzahl Fett verzehren müsste. Das ist alles... diese Empfehlung ist immer total vage. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man diese fettlöslichen Vitamine in einer fetthaltigen Mahlzeit zu sich nehmen sollte oder muss. So, jetzt muss ich mal eben die Nase... Ich persönlich mache das, um sicher zu gehen. Ich esse mein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Vitamin E drin zum Frühstück, weil das Frühstück meistens die Mahlzeit ist, in der ich am meisten Fett drin habe. Einfach nur so, um da sicher zu gehen. Ja, und das reicht... ich denke, das reicht aus. Wenn man zwischen 10 und 15% Fett liegt, sollte man alle fettlöslichen Vitamine zu sich nehmen können. Wobei... das Vitamin E ist meistens ja eh in den fetthaltigen Sachen drin. Vitamin D bildet man auf der... ne? Hier auf mit der Haut. Vitamin K bildet der Darm und ist in... hier Dings drin. Äh... grünen Blättern sonst, aber der Darm bildet es auch selber. Ähm... was war es noch? A. A? Ja. Ich... wie du in A? Ähm... ja. Kann ich nicht garantieren, aber davon esse ich ja irgendwie 100.000% der empfohlenen Tagesdosis. Also ich weiß nichts von Studien, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das ausreicht, um fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Äh... so, ein Video machen wir noch, oder? Äh... ich dachte, ich hätte mir das Video gespeichert, in dem du zeigst, mit welchem Tool du deine Nahrung auswertest. Leider kann ich es nicht mehr finden. Das werde ich fast unter jedem Auswertungsvideo gefragt. Das ist www.chronometer.com Ist ein super Tool. Finde ich großartig. So, das war das für dieses Q&A. Ich habe noch Fragen über, also gibt es noch eins. Bedeutet... äh... ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen. Eure Selke. Eure Selke.